Schalbea kocht! Heute, wie trenne ich eigentlich Eier? Also, ich schlage das Ei auf der glatten Oberfläche auf, dann ziehe ich es mit den Fingern auseinander an der Sollbuchstelle, ganz langsam, um idealerweise zwei gleich große Teile zu bekommen. Dann lasse ich so viel Eiweiß wie möglich ablaufen und kippe dann vorsichtig das Eigelb in die andere Hälfte, mache da das Eiweiß wieder raus und zurück. So lange, bis ich ziemlich sicher bin, dass alles Eiweiß vom Dotter weg ist. So, das habe ich mit dem Pudding-Video gemacht, deswegen hier die Speisestärke mit dabei. Dann wieder trennen. Ich habe die größere Schale behalten. Vorsichtig links-rechts rein. Nochmal, vorsichtig links-rechts rein. So, wenn das so schief ist, kein Problem, andere Schale nehmen, rein. Fertig. Wunderbar, schön getrennt. Ein Träumchen. Viel Erfolg beim Nachmachen.